Ich grüße Sie herzlich zu unserer Serie Bible Study. Wir sind heute mit dem letzten Buch des Alten Testaments befasst und sind alle abgedeckt. Der Prophet Amos. Und im Prophet Amos geht es um harte Worte an Israel. Und es ist wirklich auch ein gewaltiger Prophet, obwohl er jetzt nur neun Kapitel geschrieben hat. Inhaltlich werden wir uns heute mit folgenden Einzelthemen befassen. Wir werden den Propheten ein bisschen zeitgeschichtlich einordnen. Wo gehört er dahin? Nämlich ins 8. Jahrhundert vor Christus. Wer ist der Verfasser? Abfassungszeit und Abfassungsort, was kann man dazu sagen? Aber das geht alles recht flott. Wichtig ist mir dann diese auffälligen Charakteristika. Da möchte ich heute mal wirklich einen Schwerpunkt legen, weil der Prophet Amos so viele Auffälligkeiten hat und Besonderheiten und auch eine ganz großartige Poesie. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Das verdient eine intensivere Beschäftigung. Und dann natürlich den Buchaufbau und den Inhalt. Und wir können nicht das ganze Buch hier Vers für Vers lesen, aber einen Großteil werden wir schon anschauen. Und wir wollen abschließend dann noch ein paar Highlights seiner Botschaft kennenlernen. Die zeitgeschichtliche Einordnung, wenn wir hier die ersten zwei Verse lesen, Reden des Amos, eines Schafzüchters aus Tekoa über Israel. Er empfing die Botschaft in Form von Visionen, als Usia, König von Judah und Jerobeam, wenn Joash, König von Israel war, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Eine sehr interessante Einleitung. Es fällt schon mal auf, dass er ja Prophet an das Nordreich ist. Reden des Amos über Israel. Es geht also vor allem um das Nordreich in seinem Buch. Trotzdem nennt er, um das zeitlich einzuordnen, den König Usia als erstes. Es kann damit zusammenhängen, dass er selber aus Judah kam. Die Koa lag ja nicht in Judah, also im Südreich. Dass er deswegen Usia als erstes nennt. Oder weil das das legitime Königtum war, das Königtum Davids, während das Königtum des Nordreiches ja eigentlich ein illegitimes Königtum war und vor allem dann im Götzendienst auch versunken ist und nicht die Davidslinie fortführt. Wie dem auch sei, Usia hat von 792 bis 739 v. Chr. regiert. Eine wahnsinnig lange Zeit, aber auch viele Jahre zusammen mit seinem Vater und dann später auch zusammen mit seinem Sohn. Jerobeam II. wird hier genannt. Jerobeam, der Sohn des Joash, ist der zweite Jerobeam als König des Nordreichs. Denn der erste war der Gründer zur Zeit Salomos, als nach dem Tod Salomos er praktisch das Nordreich gegründet hat. Und er, Jerobeam II., ist ein sehr bedeutender König des Nordreiches. Man sieht auch die sehr lange Regierungszeit, 40 Jahre. Und wir werden noch sehen, dass es eine sehr positive Zeit war in wirtschaftlicher und politischer und militärischer Hinsicht für das Nordreich. Amos ist etwa 762 v. Chr. in dieser Größenordnung aufgetreten. Und das kann man daran festmachen, dass es hier heißt, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Da gab es ein Erdbeben, was hier bezeugt ist, aber auch in Sahaja bezeugt ist. Und das wird das große Erdbeben genannt unter Usia. Und man kann das datieren durch wissenschaftliche Untersuchungen. Und es wird ziemlich sicher etwa im Jahr 760 v. Chr. gewesen sein. Sodass man hier einen sehr guten Fixpunkt hat, die Zeit des Auftretens Amos festzulegen. Wir haben im Buch Amos selbst ein paar Verse, die vielleicht auch als Anspielung auf dieses Erdbeben zählen können. Ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast. Die Elfmeinhäuser werden verschwinden. Also Gott zertrümmert. Hat er die vielleicht durch dieses Erdbeben zertrümmert, könnte man fragen. In Kapitel 4, Vers 11. Das ist interessant. In der Vergangenheitsform. Ich habe das Unterste bei euch zuoberst gekehrt. Wie damals bei Sodom und Gomorra. Also vielleicht ist das eine Anspielung auch auf das Erdbeben. Es gibt noch einige weitere Hinweise. Die politische Großwetterlage war wie folgt. Jerobeam war ein sehr mächtiger König. Und er hat das Nordreich ausgedehnt. Da gab es die maximale Ausdehnung, die es je in der Geschichte hatte. Und hatte dann auch Frieden und Wohlstand erreicht. Und es war eine Zeit, wo es wirtschaftlich gesehen kaum besser laufen konnte für das Nordreich. Es war auch Frieden mit dem Südreich größtenteils. Und es war wirklich eine Zeit des Wohlstands, des Friedens und des Aufblühens. Und man war optimistisch, was die Zukunft betrifft. Es war also alles super. Aber geistlich gesehen war die Lage sehr anders. Denn das Volk hatte nur einen formalen Gottesdienst. Und das Herz war weit weg von Jahwe. Und es hatte vor allem eben weiterhin ihren Götzendienst in Bethel und Dan und anderen Städten, wo einfach der Stierkult, der Kälberkult, den Jerobeam I. eingeführt hatte, weiter gepflegt wurde. Und gerade Bethel war dann das Staatsheiligtum des Königs. Und es war einfach geistlich gesehen auf einer ganz abschüssigen Linie gewesen. Die Verfasserschaft des Buches ist sehr einfach. Es ist der Prophet Amos. Er sagt, er kommt nicht aus einer Prophetenfamilie oder einer Prophetenschule. Sozusagen Quereinsteiger. Er war nämlich Schafzüchter in Dekoa. Und Dekoa liegt in Judah. Und das ist schon ein bisschen eine Brisanz, dass er als Judäer, wo er immer ein bisschen Spannung war zwischen Südreich und Nordreich, dass er von Gott beauftragt wird, als Judäer ins Nordreich zu gehen und dort die Botschaft Gottes zu sagen. Und das wird vielleicht nicht so gerne gesehen, dass man sich da von einem Brudervolk Judah das sagen lassen muss. Aber Gott hat wohl keinen gefunden in Nordreich selbst, den er da berufen wollte. Er hat es durch Amos gemacht. Amos war Schafzüchter und Rinderhirt. Und Bokkar, dieses hebräische Wort, das nur hier vorkommt, ist Viehhirte. Und er war auch Züchter von Maulbeerfeigen, nennt er sich. Also er war in der Landwirtschaft tätig und das merkt man auch, wie wir noch sehen werden. Und er redet, obwohl er diesen Hintergrund hat, also keinen geistlich-theologischen Hintergrund, sondern ganz handwerklich-landwirtschaftlicher Hintergrund. Er redet, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Reden des Amos, eines Schafzüchters. Er empfing die Botschaft in Form von Visionen. Also er hat von Gott Visionen bekommen. In Kapitel 3, Vers 8 wird er noch deutlicher und sagt, der Löwe brüllt, wer fürchtet sich da nicht? Ja, wer der Herr spricht, wer wird da nicht zum Propheten? Also er ist zum Propheten geworden. Er kam nicht aus diesem Hintergrund, aber er ist zum Propheten geworden, weil Jahwe zu ihm gesprochen hat. Und dann muss man reden. So wie wenn ein Löwe brüllt, werden die Menschen sich fürchten. Aber wenn Jahwe brüllt oder sich offenbart, wenn er spricht, dann muss man gehorchen und dann wird er zum Propheten. In Kapitel 7, Vers 14 bis 15 haben wir eine Auseinandersetzung, wo sein Prophetenamt in Frage gestellt wird von dem Hohen Priester, dem Priest des Heiktums in Bethel, dem Amassia. Und da gibt Amos einige interessante Details im Blick auf seine Berufung. Amos erwiderte Amassia, ich bin weder Berufsprophet, doch gehöre ich zu einer Prophetengemeinschaft, sondern ich züchte Rinder und maue Feigenbäume. Doch Jahwe holte mich von der Herde weg und sagte mir, Gehe und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Also er hat eine ganz klare Beauftragung von Gott erhalten, mitten in seinem Alltagsberuf und wird rausgerissen und sein Leben nimmt eine komplette Wende. Das Buch selbst vom Inhalt her, auch von verschiedenen Elementen, hat eine große Ähnlichkeit zum Propheten Hosea und auch zum Buch Jeremia. Die sind wirklich sehr nah beieinander in vielerlei Hinsicht. Insgesamt ist die Verfasserschaft des Buches nicht komplett umstritten, wie das oft auch der Fall ist leider durch die historisch-christische Theologen, die dann die überlieferte Verfasserschaft anzweifeln. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern auch die historisch-christische Theologen gehen davon aus, dass das größte, Hauptteil, was hier im Buch steht, natürlich von Amos, diesem Schafzüchter ist, der zum Propheten wurde. Aber es werden bestimmte Abschnitte aus diesem Buch abgetrennt und sagt, das ist nicht von Amos. Und ganz vorne dran, was Amos abgesprochen wird, sind diese Heilsworte in Kapitel 9, 11 bis 15. Wolf, Mais, Zenger, das sind alles Theologen oder die Einleitungswerke oder Bibelkommentare geschrieben haben. Die sprechen Amos diese Verse ab mit der Begründung, hier wird, nachdem lange, lange, lange nur Gericht angekündigt wurde, plötzlich, ohne irgendwelche Bedingungen zu nennen, dem Volk Israel heil zugesagt. Und das würde nicht passen, das würde auf das Konto eines anderen gehen. Das ist so die eine Argumentationsschiene. Und dann der Ausdruck in Kapitel 9, Vers 11, wo eine Weisdauerung stattfindet, dass Gott die eingefallene oder verfallene, zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten will. Das wird so verstanden, dass praktisch das davidische Königtum völlig zum Ende gekommen sei und praktisch mit dem Fall Jerusalems und dem Aufhören des davidischen Königtums, dass das also das voraussetzt, dass also dieser Vers quasi voraussetzt, dass Jerusalem schon zerstört ist, 586 vor Christus, und dann kann es natürlich nicht von Amos sein. Aber man kann das auch anders interpretieren, nämlich, dass es gar nicht die, auf den Fall Jerusalems anspielt und dass es davidische Königtum zum Ende kam, sondern, dass es auf die Reichsteilung anspielt, wo quasi der Zerfall des davidischen Königtums praktisch eingesetzt hat, weil er jetzt nur noch über zwei, statt über alle zwölf Stämme herrscht. Also das ist nicht ganz eindeutig von dieser zeitlichen Datierung her, wie man das verstehen soll, die verfallene Hütte Davids, wird aber als Argument genommen, dass es gegen Amos als Autor spricht. Weiter wird noch angezweifelt, das Kapitel 9, Vers 7 bis 10 von Amos sei, denn dort haben wir, jetzt lesen wir etwas, was wir so im Alltag gar nicht lesen, völlig überraschend, wird nämlich, dass der Sonderstatus Israels hier etwas relativiert. Lesen wir mal diese Verse, Seid ihr etwas besseres als die Leute von Nubien? Also Äthiopier, ihr Israeliten. Also wir werden mit den Äthiopien verglichen, und wir sagen, seid ihr etwas besseres als die Äthiopier? Spricht Jave, gewiss, ich habe euch aus Ägypten geführt, aber auch die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kir. Also Gott hat auch andere Völker umgesiedelt und rausgeführt, woanders hingebracht. Also diese Relativierung des Sonderstatus Israels, das erwähltes Volk, die hier so durchscheint, wird als Argument genommen und sagt, das kann unmöglich von Amos sein, das ist irgendwie eine ganz spätere Zeit. Und dann hatten wir hier ein Mischzitat in Kapitel 5, Vers 11, da heißt es, weil er vom hilflosen Pachtgeld verlangt und Kornabgaben von ihm wollte, habt ihr zwar Häuser aus Quadern gebaut, wird er aber nicht darin wohnen. Habt ihr zwar schöne Weinberge gepflanzt, wird ihren Wein aber nicht trinken. Und hier wird behauptet, dass dieser Vers, wo wirklich von den Häusern der Gerede ist, die sie bauen, aber nicht nutzen, das findet sich so ähnlich auch in Zephania 1, Vers 13 und das andere Teil mit den Weinbergen, die sie zwar pflanzen, aber auch nicht nutzen, das findet sich in Micha 6, Vers 15 und da wird gesagt, aha, der Amos zitiert hier diese beiden Propheten und die sind nach Amos zeitlich, also kann es nicht vom Propheten Amos ursprünglich sein. Aber das ist natürlich ein sehr schwaches Argument, weil diese Mischzitate ist ja die Frage, wer zitiert hier wen? Es ist viel einfacher zu sagen, das hat Amos so hier geschrieben und Zephania zitiert den ersten Teil und Micha zitiert den zweiten Teil. Abfassungszeit und Abfassungsort die konservative Position ist, dass das Buch Amos komplett in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich verfasst wurde durch Amos. Die historisch-krimische Position sieht auch, dass das Hauptwerk, das meiste in diesem Buch, im 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich entstanden ist, aber erkennt spätere Zusätze, ich habe sie gerade eben genannt, die dann nach der Zerstörung Jerusalems, also im Exil oder vielleicht sogar auch erst nach dem Exil, nach dem Babylonischen Exil, dann von einem unbekannten Mann irgendwo in Judah oder im Exil verfasst wurden. Wir kommen zu den auffälligen Charakteristika und da möchte ich heute wirklich einen Schwerpunkt setzen, weil dieses Buch unglaublich toll ist, auch was es hier an diesen Besonderheiten hat. Wir haben hier neun verschiedene Gottesbezeichnungen und was ganz ungewöhnlich ist, ganz viele verschiedene Bezeichnungen für Israel, insgesamt elf habe ich gezählt. Dann werden acht Eigennamen genannt und elf Völker, elf Völker, umliegende Völker von Israel stehen im Fokus. Insgesamt werden 27 Städte und Landschaften erwähnt und der Amos hat eine agrarische Sprache, also seinen Beruf als Viehzüchter und Schafhirte, Maulbär, Feigen, Pflanzer, Züchter. Dieser Beruf und sein Leben, wahrscheinlich Jahrzehnte in der Landwirtschaft verbracht, macht sich auch in der Sprache an vielerlei Stellen bemerkbar, wie wir noch sehen werden. Er hat aber auch eine Kultsprache, weil er als Prophet vor allem diesen falschen Kultus auch angreifen muss, der im Nordreich herrscht und er kennt er sich also auch sehr gut aus. Aber sehr faszinierend ist seine poetische Sprache. Man weiß ja, dass die Propheten auch gute Dichter sind, aber wie viel Fähigkeit hier bei Amos vorhanden ist, das würde man gar nicht erwarten, mit wie vielen verschiedenen Stilmitteln er hier erarbeitet. Es ist faszinierend zu sehen, welche kunstvolle Sprache er hat und das macht es auch so wahnsinnig interessant und schön, dieses Buch zu lesen, auch wenn der Inhalt zum Teil sehr hart ist. Aber die Form ist äußerst kunstvoll und ansprechend. Weiter ist charakteristisch, dass er, obwohl er Prophet des 9. Jahrhunderts ist, fast keine, ganz, ganz wenig Heilsprophetie hat, fast ausschließlich Unheilsprophetie, mit Gericht über Israel als Schwerpunkt. Es gibt auch Gericht über andere Nationen, über diese Völker, insgesamt 11, aber der Schwerpunkt des ganzen Buches ist das Gericht über das Nordreich Israel und kaum, ganz am Ende nur, vor allem auch mal eine Heilsweisagung. Schauen wir uns jetzt diese einzelnen Charakteristika und Besonderheiten mal etwas an und möchte ja da nicht jeden Vers lesen, das ginge gar nicht, aber zum Gottesnamen. Der häufigste Gottesname ist Jahwe, das ist dieser Eigenname Gottes, mit dem er sich Mose geoffenbart hat und was praktisch der Bundesname Gottes ist, weil er mit Israel im Bund steht. Der wird hier am häufigsten verwendet, 41 Mal, also ganz, ganz, ganz oft. 16 Mal wird dann Jahwe noch ergänzt durch das Wort Adonai, Herr, Jahwe der Herr oder Adonai kann man auch übersetzen mit der Herr von allem, als ein Herr sein, 16 Mal. Und 5 Mal haben wir Jahwe, der Allmächtige Gott, wobei hier nicht El Shaddai verwendet wird, sondern Zebaoth, Herr der Herrschan könnte man auch übersetzen, Jahwe, der Herr der Herrschan oder Gott der Herrschan, aber man kann es auch sinngemäß völlig richtig übersetzen hier, wie in der neuen evangelistischen Übersetzung es geschieht, Jahwe, der Allmächtige Gott, weil er, wenn er die Herrschaft hat, die Autorität über alle Herrschan, Himmelsheere und Engelheere, dann ist er der Allmächtige Gott. Also 5 Mal wird das. Dann haben wir Jahwe, der Allmächtige Gott, der Herr. Also wird praktisch das noch gesteigert, indem Jahwe, der Allmächtige Gott, noch ergänzt wird, der Herr. Einmal kommt das vor. Dann haben wir drei Stellen, wo Herr extra einzeln vorkommt. Einmal Gott, einmal dein Gott. Und ich habe das hier sortiert, nicht nach der Häufigkeit, sondern nach der Reihenfolge des Auftretens. Und ganz hinten im Kapitel 8 kommt zum ersten Mal, obwohl Israel so gottlos ist, dein Gott. Und Jahwe, der Herr, der Allmächtige, einmal noch. Und dieser Jahwe, der Herr, der Allmächtige, wird dann abschließend mit Jahwe, dein Gott, bezeichnet. Also das ist schon etwas sehr wohlwollend und so eine Brücke, die da gebaut wird zu dem gottlosen Israel, in dem es erinnert wird, dass es doch er, ihr Gott ist und dass Jahwe, ihr Gott, dein Gott ist. Bezeichnung für Israel. Israel, elfmal wird es genannt, das normale, häufige, und fünfmal heißt es, wird von den Israeliten gesprochen, davon viermal, ihr Israeliten. Also das ist sehr markant, dass die Bewohner des Nordreichs mit ihr Israeliten angeredet werden. Dann Haus Jakob, das können wir auch aus anderen Zusammenhängen, dreimal Haus Israel. Aber ich habe hier auch wieder so die Reihenfolge des Auftretens dieser Bezeichnung für Israel. Israel, Israeliten oder ihr Israeliten, Haus Jakob, Haus Israel. Dann Nachkommenschaft Josefs, sehr ungewöhnlich. Ja, Nachkommenschaft Josefs. Gut, Josef hat Manasseh und Ephraim gezeugt und das sind die Hauptstämme des Nordreiches und oft wird das ganze Nordreich nur mit Ephraim beschrieben und deswegen Nachkommenschaft Josefs, weil es die Hauptstämme sind. Interessant ist, in Kapitel 6, Vers 6 wird das Nordreich mit der Bezeichnung Josef bezeichnet. Hier in Kapitel 6, Vers 6 Aus Opferschalen schlürft ihr Wein und salbt euch mit den besten Ölen. Doch der Untergang Josefs schert euch nicht. Damit meint er, der Untergang des Nordreichs schert euch nicht. Aber das ist sehr ungewöhnlich. Josef als Bezeichnung für das gesamte Nordreich. Dann Jakob haben wir vier Stellen. Dann Mein Volk Israel. Das ist ja sehr positiv, eigentlich wenn Gott sich sagt, ihr seid mein Volk Israel. Dann genauso wie sie Josef genannt wird, wenn sie Kapitel 7, Vers 9 mit Jakob, mit Isaak genannt. Extrem ungewöhnlich. Dann werden die Opferhöhen Isaaks veröden und die Heiligtümer Israels werden in Trümmern liegen. Die Opferhöhen Isaaks. Es geht ja nicht um den Stammvater, den Patriarch Isaak, der hat keine Opferhöhen gebaut, sondern das Nordreich hat Opferhöhen gebaut. Und Isaak erinnert praktisch an ihre Väter, ihre Herkunft, wo sie eigentlich herkommen. Von Isaak, von Jakob, von Josef. Und das waren fromme Leute. Und deswegen werden diese Bezeichungen genommen als Kontrast, so ein bisschen. Schau, wo seid ihr heute? Aber ihr stand doch eigentlich von denen ab. Nachkommen Jakobs werden sie genannt. Das ist eher normal noch. Nachkommenschaft Josefs ist das Ungewöhnliche. Nachkommenschaft Jakobs findet sich auch sonst in der Schrift. Und einmal werden sie das sündige Königreich genannt. Damit meint er Israel in Kapitel 9, Vers 8. Also sehr interessant, die verschiedenen Bezeichnungen, die hier für Israel verwendet werden. Dein Eigennamen hat er 8. Der Prophet Amos wird sehr häufig mit Namen genannt. Also wir haben häufiger den Prophet Amos mit Namen genannt, als den Propheten Jesaja, im ganzen Jesaja-Buch mit Namen genannt. Nämlich hier siebenmal wird Amos mit Namen genannt. Usia, König von Judah, Jerobeam, König von Israel und Amasia, der Oberpriester in Bethel, die kommen vor. Da gibt es eine ziemliche Auseinandersetzung dann zwischen Amasia, diesem Oberpriester in Bethel und Amos. Wir werden uns diese Auseinandersetzung später noch genauer anschauen. Dann werden zwei syrische Könige genannt, Hasael, der von 842 bis 796 vor Christus wirkte, also im 9. bis ins 8. Jahrhundert und Ben-Hadad, sein Sohn, der dann im Anschluss bis 775 vor Christus wirkte. Das heißt, die sind schon Geschichte, als Amos auftritt und er kann verweisen auf diese syrischen Könige, was Gott da in der Vergangenheit mit denen gemacht hatte. Dann zwei asylisch-babylonische Götzen werden hier mit Namen genannt, die Israel bei der Wüstenwanderung verehrt hatte. Das erfahren wir hier in Kapitel 5 Vers 24. Da ist es Vers 26 muss es heißen, Entschuldigung. Oder habt ihr nicht schon damals den Sikot, euren Himmelskönig, getragen und Kion, euren Sternengott, die ihr euch selbst gemacht habt. Also Israel hat sich schon bei der Wüstenwanderung nach dem Ausflug aus Ägypten diese Götzen gemacht. Und deswegen klagt Gott an, habt ihr mir Schlacht und Speisopfer gebracht, die 40 Jahre in der Wüste, o Haus Israel, habt ihr nicht damals schon dem Sikot und dem Kion geopfert. Also ihr habt schon frühester Zeit an, schon kurz nach der Herausforderung aus Ägypten, habt ihr Götzendienst betrieben, Himmelskönig und Sternengott verehrt. Und das ist typisch für asylische beziehungsweise babylonische Gottheiten. Völker sind im Fokus. Wir werden diese Gerichtsworte über diese Völker noch näher anschauen später. Aber hier einfach nur mal zu sehen, wer hier alles im Blickfeld von Amos ist. Und zwar die ganzen Völker ringsum vom Norden Süden und Kreis so richtig Israel. Also Syrien, die Philister, Tyrus im Norden, Edom im Osten, Ammon im Osten und Moab auch Judah, Israel und Ägypten kommt relativ häufig vor, weil immer wieder auch auf den anderen Ausruf aus Ägypten erinnert wird. Amoriter und Nubien wird erwähnt. Also elf Völker, ein ziemlicher Horizont, den Amos hier hat. Städte und Landschaften. Hier sieht man, dass er sich da auch gut auskennt geografisch. Und im Philisterland wird Gaza, Ashtod, Aschkelon, Ekron und Gad erwähnt. Das sind diese typischen fünf Philisterstädte, mit denen Israel im Laufe der Geschichte viel Ärger hatte. Und bis zum heutigen Tag ist dieses Philisterland und Gaza ein riesiges Problem für Israel. Dann Damaskus, Kalne, Hamad in Syrien. Damaskus, das Hauptstadt, wird am häufigsten genannt. Tyrus wird erwähnt, dieser Stadtstaat, dieses Hongkong, der Antike Seemacht. Und Teman und Bosra, zwei wichtige Städte in Edom. Dann Israel, da werden logischerweise die Meisterstädte genannt, weil er ja Prophet im Nordreich ist. Gilead, Samaria, Bethel, Bashan, Gilgal, Dan und auch der Karmelbete wird am häufigsten genannt. Dort war dieses Staatsheiligtum, dieses Stellkälberkult, den Jehova I. installiert hatte. Und das war das religiöse Zentrum, eines der religiösen Zentren des Nordreiches, wo angeblich Jahwe verehrt wurde, aber es war ein Götzendienst, weil es einfach ein selbsterwählter Gottesdienst war und mit Bilderdienst und alles. In Ammon die Hauptstadt Trabah, in Moab Kirioth und im Judah wird Jerusalem Zion und Beersheba zitiert. Auch in Beersheba gab es wohl Götzenkult, wie wir hier sehen in diesen Versen. Sodom Gomorrah wird erinnert und dann Kaftor, wahrscheinlich Zypern, wo die Philister herkamen, wo Gott die Philister herführte und dann Kir, wo die Syrer herkamen, wahrscheinlich auch irgendeine Stadt. Die agrarische Sprache macht sich fest, im Wortschatz bei Bildern und Vergleichen und an dem starken landwirtschaftlichen Interesse, das man da findet. Also man hat da wirklich immer wieder mit Fachbegriffen zu tun, Mehltau, Getreidebrand, Heuschreckenschwarm, aber es sind viele Worte, die aus der Landwirtschaft auftauchen. Aber nicht nur, dass der Wortschatz, die Vokabeln aus diesem Hintergrund kommen, sondern Amos benutzt auch viele Bilder und Vergleiche und da möchte ich mal einige Beispiele zeigen, wo er aus der Landwirtschaft Bilder nimmt. In Kapitel 6 Vers 4 sagt er zum Beispiel, ihr liegt auf Betten aus Elfenbeinen und regelt euch auf Ruhepolstern, also die Elite, die Führungs, die lassen sich gut gehen, die chillen da ab, ihr verschlingt die Lämmer von der Herde weg, die Kälber aus dem Massstall, also Lämmer und Kälber, ja, und Pferde und Rinder werden in 6 Vers 11 genannt, da heißt es Vers 12 eigentlich, laufen Pferde denn die Felsen hoch oder pflügt man mit Rindern das Meer? Also auf solche etwas komischen Vergleiche kann eigentlich nur ein Landwirt kommen hier, der einfach mit diesen Tieren umgeht, mit Pferden oder mit Rindern und weiß natürlich, also mit Rindern pflügt man nicht den Felsen hoch, ja, also diese interessant wo er diese Vergleiche herholt, die sind dann auch eingängig, aber sie kommen aus seinem eigenen persönlichen Hintergrund. Dann hat man als Viehzüchter natürlich immer wieder auch mit Löwen zu tun, die eben die Tiere reißen und Löwen, Junglöwe kommt auch häufiger vor. Der Nil, der ansteigt und es überschwemmt und das Land fruchtbar macht und dann wieder ab sich senkt, wird zweimal bemüht, wir kommen da noch drauf, auch das sind Bilder, weil das Ansteigen, das Überschwemmen des Niedels, dass er dann das Land fruchtbar macht und sich wieder absenkt, ist existenziell wichtig für die Ägypter, das begründet mit ihren Wohlstand als Getreide Großmacht, ja, das sind Bilder und Vergleiche, die ihm als Landwirt natürlich sehr gut kommen. Landwirtschaftliches Interesse merkt man an solchen Vokabeln wie Pacht und Kornabgaben, ja, das hat der Interesse, man merkt, dass sie eben übertriebene Pacht und Kornabgaben einfordern von den armen, von der armen Landbevölkerung, Weinberge und Weintrinken spielt eine Rolle, er spricht von Pflügern, Schnittern, Aussaat und Weinlese, Most, Wobene Hügel, Weinberge und Garten, Gärten. Also, er ist kein Computerfreak, er ist kein Nerd, er ist einfach, er hat diesen landwirtschaftlichen Hintergrund und das merkt man in seiner Sprache ganz deutlich. Aber auch im Kultus kennt er sich aus. Wir haben viele Begriffe, die im Kultus verwendet werden, die hier auftauchen, die er auflistet, er wird eigentlich ganz sehr viele Opferarten aufzählen, er spricht von der Kultmusik, die da stattfindet, von Festen, er weiß, dass es Nasiräa gibt und Propheten, er spricht von Berufspropheten und Prophetengemeinschaft, er weiß, dass der Amas ja ein Oberpriester von Bethel ist. Also, er kennt sich da voll aus in diesem Metier. Er kennt auch die ganzen Kultstätten, Bethel wird zweimal genannt, Dan und Beersheba, Beersheba zwar in Judah, aber auch als Kultstätte, Jerusalem und Zion wird erwähnt, Opferhöhen, Heiligtümer, Staatsheiligtum erwähnt er. Also, das ist Thema. Er prangert ja auch diese Kultstätten an, wo da falscher Gottesdienst stattfindet. Und er nennt auch Götzen, er spricht von den falschen Götzen in Kapitel 2, Vers 4, 2, Vers 4, gegen Judah, so spricht Jahwe wegen drei Verbrechen, die Judah begingen, wegen vier nehme ich es nicht zurück, denn sie haben Jahwes Weisung verworfen, seine Gebote übertreten und wurden von falschen Göttern verführt. Also, falsche Götter, die beziehen sich in Kapitel 2, beispielsweise auf Judah, dann Sikot und Kion, diese Sternengötter, Himmelsgötter, die sie von den Assyrien übernommen hatten, schon in früher Vergangenheit, aber immer noch jetzt verehren, die werden erwähnt und er spricht von Samarias Schuldgötzen. Also, man merkt, dass er kommt aus der Landwirtschaft, deswegen diese agrarische Sprache, aber sein Fokus ist dann der Kult, der falsche Kult im Nordreich, der von ihm im Auftrag Gottes kritisiert wird. Dann, und das ist wirklich ein Highlight hier in den Charakteristika des Buches Amos, er hat einen sagenhaft poetischen Stil und das macht es auch so unglaublich schön, seine Verse zu lesen, abgesehen von einem sehr ernsten Inhalt natürlich, den er hier anbringen muss. aber aus literarischer Sicht betrachtet, hat er einen unglaublich breiten poetischen Stil, er hat Aufzählungen, er hat Ringstrukturen, er macht einmal eine Parallelkomposition, er hat immer wieder Kehrverse, ganz penetrant Kehrverse, wiederkehrende Redewendungen, ganz markante Aussprüche, er bringt Wortpaare, dann das Opposite, also das Gegenteil von dem Wort und er macht Worthäufungen, Anhäufungen von bestimmten Wörtern, die sehr ähnlich sind und auch noch Chiasmus, Kreuzstellung, also ist alles da, was man bringen kann, Amos bietet hier alles, man könnte fast meinen, er hätte hier eine dichterische Ausbildung erhalten, ist nicht der Fall wahrscheinlich, aber er hat es unheimlich drauf, wie er das präsentiert und diesen Stil wollen wir uns jetzt näher anschauen. Aufzählung, in Kapitel 1 und 2 haben wir eine riesige, eine riesenlange Aufzählung, nämlich Aufzählung des Gerichts über diese elf Völker. Nach einer kurzen Einleitung, Gerichte über Damaskus, über Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Judah, Israel, die werden aufgezählt und werden auch noch unglaublich ähnlich strukturiert, wie wir noch sehen werden, aber das zeigt Aufzählung, Aufzählung von Gerichtsworten, wir haben es über insgesamt elf Völker. Dann Ringstrukturen, das finden wir im Großen und im Kleinen. Im Großen ist das Kapitel 5, das Klagelied über Israel, ein Musterbeispiel einer Ringstruktur, also wie eine Botschaft so inhaltlich, thematisch so angeordnet wird, dass eine Symmetrie entsteht und irgendwo in der Mitte praktisch eine Spiegellinie, eine Spiegelachse, wo sich das spiegelt und diese Spiegelachse ist dann eigentlich auch das Zentrum dieser kunstvollen Ringstruktur und es geht hier um diese Inhalte. Es fängt an in Kapitel 5 mit dieser massiven Dezimierung der Israeliten als Gericht Gottes und endet dann das überall mit A-Strich, überall ist Tod, Trauer, weil Jahwe das Land durchzieht. Und ich möchte mal diesen äußeren Ring anschauen, weil es sagt viel über die Botschaft, die Amos hat. Also die massive Dezimierung der Israeliten, Kapitel 5, 1 bis 3. Hört diese Botschaft, die Israeliten. Ich stimme die Totenklage über euch an. Erschlagen liegt sie da, Israel, die junge Frau, und sie steht nie wieder auf. Verlassen liegt sie auf eigenem Boden und niemand hilft ihr hoch. Denn so spricht Jahwe der Herr. Die Stadt, die mit tausend Männern in den Kampf zieht, behält nur hundert übrig. Und die mit hundert auszieht, der bleibt nur zehn. So wird es überall in Israel sein. Also eine massive Dezimierung um 90% der wehrfähigen Männer. In Kapitel 5, Vers 16, der letzte Vers in dieser Ringstruktur, zeigt, wie überall Tod, Trauer ist. Darum spricht Jahwe, der allmächtige Gott, der Herr. Auf allen Plätzen herrscht Trauer. Wehrufe hört man in allen Gassen. Man ruft die Bauern zum Trauern herbei, und zur Totenklage den, der die Klagelieder kennt. Selbst in den Weinbergen wird Wehklage sein, denn ich werde das Land durchziehen, spricht Jahwe. Vers 16 und 17 sogar. Das ist der äußerste Ring, diese massive Dezimierung und dieser massiv gegenwärtige Tod und die Trauer, die das ganze Land im Griff hat. Die nächste Schale dieser Ringstruktur ist Suchet Jahwe, Kapitel 5, Vers 4 bis 6. Denn so spricht Jahwe, der Herr, sucht mich, dann werdet ihr leben. Sucht nicht, Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beersheba, der Gilgal droht die Verbannung und Bethel wird zum Unheilshaus. Sucht Jahwe, dann werdet ihr leben. Sonst fällt er wie Feuer über die Nachkommenschaft Joseph her und niemand löscht es für Bethel aus, dies Feuer. Sucht Jahwe. Und das hat seine Entsprechung dann in Kapitel 5, Vers 14 bis 15, wo es heißt, sucht das Gute und nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Hasst das Böse und liebt das Gute und sorgt für das Recht bei Gericht. Vielleicht wird Jahwe, der Allmächtige Gott, dem Rest der Nachkommen Josephs, gnädig sein. Also sucht Jahwe, sucht das Gute, sorgt für das Recht. Und das Problem im Nordreich ist eben diese Verkehrung des Rechts. Die werden Vers 7, aber auch in Vers 10 und 13 angesprochen. Die Verkehrung des Rechts. Ihr wandelt Gerechtigkeit in Bitterkeit um und tretet das Recht mit den Füßen. Das ist die Anklage. Verkehrung des Rechts. Sie treten das Recht mit den Füßen. Und deswegen kommt Gericht Gc' Strich dann in Kapitel 5 Vers 10 bis 13 da heißt es beim Gericht im Tor hassen sie den der zur Gerechtigkeit mahnt. Da ist kein Interesse an Aufklärung und gerechtem Urteil. Sie hassen den der zur Gerechtigkeit mahnt. Weil ihr vom hilflosen Pachtgeld verlangt und Kornabgaben von ihm wollt, habt ihr zwar Häuser aus Quadern gebaut, wird aber nicht darin wohnen. Hab ihr zwar schöne Weinberge pflanzt, wird ihren Wein aber nicht trinken, das ist das Gericht. Ja, ich kenne eure Vergehen, eure vielen Verbrechen. Ihr bedrängt den Gerechten und nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Armen das Recht. Darum schweigt der Kluge in dieser bösen Zeit. Es wird nicht angenommen, es ist eine böse Zeit, politisch wirtschaftlich super, aber geistlich und moralisch ethisch sozial sehr problematisch Gericht wegen Verkehrung des Rechts. Und jetzt nähern wir uns dem Zentrum dieser Ringstruktur und Gott steht im Zentrum. Wir haben ein Hymnus über Gott als Schöpfer und dem steht ein Hymnus über Jahwe als Zerstörer gegenüber. Und der, der etwas erschafft, der kann es auch wieder einreißen. Das ist die Macht Gottes. Dieser Hymnus über den Schöpfer Vers 8 er, der das Siebengestirn und den Orion schuf, der die Finsternis verwandelt zum Morgenlicht und den Tag verdunkelt zur Nacht, der das Meerwasser ruft und es flutet über die Erde. Hymnus über den Schöpfer und dem korrespondiert der Hymnus über Jahwe als Zerstörer. Er lässt Vernichtung über dem Stagen aufblitzen. Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Vernichtung und Verwüstung. Der, der alles wunderbar geschaffen hat, er kann auch Vernichtung und Verwüstung. Und dazwischen eingeklemmt ist so eine kurze Phrase, die als Zentrum dann anzusehen ist und quasi als das Highlight Er hat den Namen Jahwe. Also dieser Schöpfer und dieser Zerstörer Er hat den Namen Jahwe. So ist Jahwe hier ins Zentrum gerückt in dieser Ringstruktur. Das ist eine Ringstruktur im Großen in dieser Botschaft Kapitel 1 5 1 bis 17 haben wir diese Ringstruktur. Aber nicht nur im Großen gibt es es gibt sie auch im Kleinen. In einem einzigen Vers innerhalb dieser Ringstruktur nämlich Kapitel 5 Vers 5 haben wir wieder eine Ringstruktur. Das ist doch kunstvoll. In diesem Satz sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beersheba ganz weit in Judah. Beersheba in Judah. Denn Gilgal droht die Verbannung und Bethel wird zum Unheilshaus. Alle Bewegung ist von Bethel nach Gilgal nach Beersheba und wieder zurück nach Gilgal nach Bethel. Ringstruktur. Äußerst wirkungsvoll und eindrücklich. Das kann man sich sehr gut merken. Solche Aussagen und Gerichtsworte die dann hier auch kommen. Wir haben dann eine Parallel Komposition. Nach dieser Ringstruktur haben wir in Kapitel 5 Vers 18 bis 27 eine Komposition die dann nochmal gespiegelt wird in Kapitel 6 1 bis 14 Also zwei getrennte Botschaften die aber völlig das gleiche wiederholen und dadurch doppelt gemoppelt hält besser wird man so sagen also es wird verstärkt. Inhaltlich geht es in dieser Parallel Komposition um folgende vier Themen einmal um das Thema Wehrufe Todenklage dann das Thema B dann wird diese Todenklage begründet durch direkte Gottesrede wo Gott sagt ich hasse ich verabscheue das was ihr da tut dann die didaktische Frage die auf Einsicht der Leser zielt die sollen mal nachdenken und ihre mal richtige Schlussfolgerungen ziehen und es endet dann diese Parallel Komposition endet dann mit Jahwe als zukünftiger Vollstrecker des tödlichen Gerichts und da findet es auch wieder Rückbezug auf Kapitel 5 Vers 1 also sehr interessant wir haben eine Ringstruktur in der Ringstruktur eine weitere Ringstruktur danach kommt eine Parallel Komposition sehr kunstvoll dann haben wir Kehrverse Amos liebt Kehrverse Kehrverse sind Sätze die an bestimmten Stellen immer wieder auftauchen und zum Beispiel in diesen Gerichtsworten über diese elf Völker taucht achtmal auf wegen drei Verbrechen die da 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 begingen wegen vier nehme ich es nicht zurück und das kommt immer wieder in Kapitel 1 Vers 3 Vers 6 Vers 9 Vers 11 also bei jedem einzelnen Gerichtswort über eines dieser Völker es wird eingeleitet mit diesem Satz wegen drei Verbrechen die mal wegen Syren begingen oder die Moab begingen oder die Edom beging wegen vier nehme ich es nicht zurück und dann kommt die Anklage und in diesen Fremdvölkersprüchen finden sich dann noch siebenmal als Phrase als Kehrfest welches Gericht es geht darum lege ich Feuer an an Syren oder an Moab oder irgendwo hin also die Völker darum lege ich Feuer an damit es seine Paläste frisst und das ist sehr sehr eindrücklich ich lese einfach mal Kapitel 1 die ersten zwei Gerichtsworte damit man sich das mal so sieht wie das hier sehr eindrücklich ist weil es bei jedem Gerichtswort über ein Volk dann genau wiederkehrt so spricht Jahwe wegen drei Verbrechen die Damaskus beging wegen vier nehme ich es nicht zurück dann kommt die Anklage was haben die verbrochen denen mit einzelnen Dressschlitten zertroschen sie Gilead also haben das Nordreich damals verwüstet die Syrer darum lege ich Feuer an Hazael's Haus das war der frühere König in Syren er frisst Benhadads Paläste ein anderer der Sohn von Hazael den Sohn Hadads er frisst Benhadads Paläste den Riegel von Damaskus will ich zerbrechen ich rolle den Herrscher von Sündental aus den Zepter Träger von Lusthausen die Bevölkerung von Syren muss in die Verbannung nach Kir spricht Jahwe ist da wo sie herkamen Gott hat die Syre eins aus Kir geholt und sie müssen wieder in die Verbannung nach Kir Der zweite Also das sind das sind diese Kehrfeste und die kommen acht beziehungsweise sieben Mal hier vor innerhalb der ersten zwei Kapitel sehr sehr eindrücklich Ein anderer Kehrvers der sehr eindrücklich ist der sich einhämmert in Kapitel vier wo Gott noch hoft zur Umkehr und da heißt es immer und immer wieder und doch kehrt ihr nicht zu mir um ich habe das und das und das gemacht und doch kehrt ihr nicht zu mir um Fünf Mal kommt das hier Diese Unbußfertigkeit des Volkes wird hier sehr stark betont Dann im hinteren Teil hat wie Hosea hat auch Amos bestimmte Visionen von Gott bekommen in Psalm 5 und deswegen findet sich dann immer wieder dieser Satz So hat mich Jahwe der Herr schauen lassen Die Formulierung ist manchmal ein bisschen leicht in leichten Variation aber es geht immer darum dass Jahwe der Herr Amos etwas schauen ließ Dann dieses Sucht mich haben wir ja schon gelesen aber sehr eindrücklich Sucht mich dann werdet ihr leben oder sucht Jahwe dann werdet ihr leben oder sucht das Gute und nicht das Böse dann werdet ihr leben sehr eindrücklich dieser Kehrvers oder dreimal auch gibt es diesen Kehrvers holt ich sie von dort nicht zurück oder der Tag Jahwes wird Finsternis sein und nicht Licht wird zweimal gebracht zweimal heißt es auch wo Gott dem Amos Gerichte zeigt in Visionen und Amos reagiert darauf und sagt da sagte ich Herr Jahwe vergib doch wie kann Jakob sonst überleben es ist ja so klein da hatte Jahwe Mitleid mit ihm es soll nicht geschehen sagte er das geschieht tatsächlich zweimal nach der ersten Vision diese Vision von der Heuschreckenplage und auch in der zweiten Vision von dem mit dem Gericht mit dem Feuer und Gott lässt sich überreden und hat Mitleid und schickt diese Heuschrecken beziehungsweise es führt dann nicht zur Vernichtung und dieses Feuer sondern Jahwe vergib doch und da hatte Jahwe Mitleid wortwörtlich gleich praktisch in Vers 2 und in Vers 5 oder sehr bedrohlich dann ich werde es Israel nicht mehr verschonen also hier hat er zweimal dann Mitleid gehabt und sagt es soll nicht geschehen ich verschone Israel aber später sagt er auch weil es maßvoll ist jetzt ist es ein Punkt überschritten ich werde es Israel nicht mehr verschonen also ich werde Israel nicht mehr verschonen dann zweimal kommt auch dieses dann hebt es sich wieder Nil und senkt sich wieder Strom von Ägypten auch diese Parallelen sind sehr bewusst gewählt um Texte miteinander in Beziehung zu bringen aber nicht nur Kehrverse die kommen sondern einfach auch wiederkehrende Redewendungen also ganz typisch ist dutzende Male kommt das vor spricht Jahwe oder Ausspruch Jahwes das sind also die zwei markantesten Wendungen die im ganzen Buch das ganze Buch durchziehen spricht Jahwe oder Ausspruch Jahwes dann hat es auch mal dieses pass auf auf Amos oder passt auf auf die Israeliten oder diese Formulierung habt ihr zwar das und das gemacht gebaut also Weinberg gebaut oder Häuser gebaut die habt habt ihr zwar gebaut wild aber nicht wird nicht genießen können oder wiederkehrend ist auch das Motiv vom Tag Jahwes wird an mehreren Stellen behandelt der Tag Jahwes dass es kein Freudentag fürs Nordreich sein wird wie sie vielleicht erwartet haben Jahwe kommt der Tag Jahwe Gerichtstag dann werden die Völker gerichtet und uns geht es gut sondern Gott sagt nein nein der Tag wenn er kommt wird für euch Dunkelheit sein nicht Licht und das ist ein Motiv was bei den Propheten ganz häufig vorkommt das Thema Tag Jahwes Amos ist hier vorne dran auch mit er spricht vom Tag Jahwes oder an jenem Tag oder es kommen Tage es kommt eine Zeit da meint er diese Zeit des Gerichts oder ich hasse ich verabscheue kommt zweimal eben in dieser Parallelkomposition oder die Erde und ihre Bewohner die Erde und ihre Bewohner also das ist so typisch für für Amos diese parallel diese wiederkehrenden Redewendungen dann hat er noch markante Ausdrücke Damaskus bezeichnet er als Sündental Bikwat Avin und als Lusthausen Bet Eden als Schönfeld oder eine Augenlust Lusthausen als Symbolnamen für Damaskus oder dieses hört als markantes Wort weil es leitet einen Sinnabschnitt ein in Kapitel 3 1 bis 15 Kapitel 4 1 bis 13 Kapitel 5 1 bis 17 also jeweils diese Sinnabschnitte werden eingeleitet mit hört oder in den weiteren folgenden Sinnabschnitten wird es eingeleitet durch wehe aber das ist markant auch der Ausdruck Jakobs Stolz ist gängig und geht ins Ohr da vergisst man nicht so schnell wieder wenn von Jakobs Stolz die Rede ist und die eingefallene Hütte Davids findet sich so auch nur hier im alten Testament im neuen Testament wird es dann von Petrus oder Jakobus zitiert die Hütte Davids und er meint damit das Davidshaus das ist die davidische Dynastie also markante Ausdrücke dann eigentlich Jasmus haben wir noch zum Beispiel spricht er in Kapitel 2 Vers 11 bis 12 von den Propheten und Naziräern und dann wieder von Naziräern und Propheten er dreht es also um und dadurch entsteht ein Chiasmus eine Kreuzstellung die die Sache auffällig macht ich möchte es mal lesen Kapitel 2 Vers 11 bis 12 da wird von den Sünden des Nordreichs gesprochen da ist es einige von euren Söhnen ließ sich als Propheten auftreten andere eurer jungen Menger wurden Naziräer also Geweihte Gottes die sich Gott hingegeben haben also es gab es auch im Nordreich Propheten und Geweihte Männer die Gott Freude machten die er berufen hat es hat Gott gemacht er hat ihnen also Propheten und Naziräer Gott Geweihte geschenkt so ist es doch so ist es doch ihr Leute von Israel Spruch Javes doch ihr gab den Naziräern Wein zu trinken es war nicht verboten Naziräer durften kein Wein trinken hat mit ihrer Weihe an Gott zu tun Johannes der Täufer war quasi auch Naziräer und doch ihr gab den Naziräern Wein zu trinken hat praktisch ihre Berufung verdorben und habt den Propheten das Weihsagen verboten der ganze Sinn und Zweck eines Propheten ist zu Weihsagen und es wird ihm das verboten also Gott hat zwar Propheten und Naziräer berufen aber sie haben den Naziräern Wein gegeben und den Propheten das Sprechen verboten aber da haben wir eine Kreuzstellung und das ist einfach kunstvoll und das ist dann sehr einprägsam und kann man sich gut merken oder der Antichiasmus suche das Gute und nicht das Böse hasse das Böse und lieb das Gute ja so erst kommt gut dann böse dann böse dann gut Chiasmus in dem Fall sogar noch durch Opposite ergänzt weil gut und böse ist genau immer das Gegenteil also es wird von Gegenteil gesprochen und dann noch in einer Kreuzstellung dargeboten sehr kunstvoll und ein letztes Stilmittel was ich jetzt hier habe ist das was ganz häufig ist bei Amos dass er Wortpaare bringt wenn er Wortpaare bringt hat er oft oft auch dann einen Begriff und das Gegenteil von dem also das Oppositum das Gegensatz dazu und dann bringt er dann diese Wortpaare und Opposite oder auch Synonyme Worte noch in Häufungen unter was dann sehr eindrücklich wird und sehr drastisch wird das Wort Paare ist jetzt kein Opposite sondern es ist sehr ähnlich Propheten und Nazirea Nazirea und Propheten eine gewisse Häufung oder in Kapitel 2 14 bis 16 da spricht er hat er auch eine Häufung von ähnlichen Begriffen da heißt es dann kann auch der Schnellste nicht mehr entkommen dem Starken versagen die Kräfte und der Held kann sein Leben nicht retten der Bogenschütze wird überrannt der Schnellläufer rettet sich nicht und der Reiter kann sein Leben nicht schützen selbst der tapferste Held flieht nackt an jenem Tag Spruch Jahwes also ich habe sogar noch eins vergessen der Starke der Schnellste der Starke Held Bogenschütze Schnellläufer Reiter tapferster Held eine Aufzählung eine Häufung von Begriffen die alle sehr ähnlich sind einen gewissen Kontext gehören im Kontext des Krieges des Kampfes oder in Kapitel 3 Vers 4 auch so eine Häufung mit Wortpaaren in Kapitel 3 4 bis 6 Alles rhetorische Fragen die mit Nein zu antworten sind natürlich Brüder Löwe im Wald weil er Beute hat sonst würde er nicht brüllen also alles rhetorische Fragen und es gipfelt dann in dem Spruch gibt es ein Unglück in der Stadt ohne dass Jahwe es wirkt nein auch das Unglück kommt von Jahwe also diese Häufungen diese Wortpaare Löwe Junglöwe Vogel Klappnetz Stadt Unglück ganz typisch immer wieder finden wir solche Sachen oder ich habe schon erwähnt wo er aufzählt Winterhaus Sommerhaus Elfenbeinhäuser oder Schlachtopfer Zehnten Dankopfer Freiwillige Opfer oder in Kapitel 5 Feste Feiern Brandopfer Speiseopfer Freudeopfer Geplär Eurer Lieder all die Kultmusik das Singen wird als Geplär Eurer Lieder identifiziert und der Harfen die Harfenmusik als Harfengeklimper das ist wirklich sehr ironisch und kritisch wie es hier hinterfragt wird was sie als Kultmusik hier betreiben oder dieses Gerechtigkeit Recht Wortpaar Recht und Gerechtigkeit das ist sehr markant und es ist ja die Sünde dass sie eben Gerechtigkeit und Recht mit Füßen treten aber Gott möchte Recht und Gerechtigkeit dann Trauer Wehrufe Trauern Totenklage Klagelieder Wehklage als eine Häufung noch mal Trauer Totenlieder Trauer sagt Glatze als ein Symbol der Trauer dass man sich die Haare schneidet komplett abrasiert Glatze Trauern bitter auch wieder so eine Worthäufung im Kontext von von Klage Löwebär Schlange oder wenn gesagt wird dass ein Mensch dann alles genommen wird dem Amasseh als Gericht wird gesagt was mit seiner Frau geschieht mit seinen Söhnen seine Töchter ist ein Grundbesitz und dann er selber du kann man mal dieses Wort sehen ist ein heftiges Gerichtswort Deine Frau wird hier in der Stadt eine Hure werden Deine Söhne und Töchter werden durch den Krieg umkommen Dein Grundbesitz wird mit dem Messband verteilt und du selbst wirst in der Fremde sterben in einem unreinen Land Also ist die ultimative Strafe die den Amasseh treffen wird er hat aber auch was sehr Schlimmes getan Ja Dann Schwache und Arme Neumannfest und Sabbat das Getreidebas und Gewicht wo sie manipulieren oder Sklaven und Arme die unterdrückt und verkauft werden Also Wortpaare Kapitelle der Säulen also oben am Tempel und die Fundamente unten oder er spricht von Kein, keiner, niemand in Neuen Vers 1 Kein Flüchtling wird entfliehen Keiner von ihnen entkommt Niemand wird sich in Sicherheit bringen Also das ist einfach sehr poetisch man hätte auch es mit einem dieser drei Sätze verwenden lassen können und einfach sagen können Niemand wird sich in Sicherheit bringen Aber um es zu verstärken sagt er Kein Flüchtling wird entfliehen Keiner von ihnen entkommt Niemand wird sich in Sicherheit bringen Also es ist sehr, sehr kunstvoll wie er hier schreibt Und noch einmal Totenwelt und Himmel natürlich auf Opposite ganz oben also ganz unten und ganz oben der Karmel als die höchste Erhebung Nordisraels und der Grund des Meeres tiefster Punkt Gefangenschaft als die eine Option oder Schwert umkommen die beiden Optionen im Krieg Wir kommen zum fünften und vorletzten Punkt Inhalt und Aufbau des Buches Wir haben eine Bucheinleitung die habe ich schon gelesen dann kommt das Gericht über diese acht Völker sehr kunstvoll wie wir schon gesehen haben dann Gericht und Unheil über Israel drei Abschnitte die mit Hört eingeleitet werden dann zwei Abschnitte die mit Wehe eingeleitet werden und diese Wehe Abschnitte die sind auch noch eine Parallelkomposition die also inhaltlich genau die gleichen vier Punkte abarbeiten Kapitel 7 bis 9 haben wir dann die fünf Visionen von Gottes Gericht die Heuschreckenplage dann die Vision vom Feuer die Vision vom Senkplage dann gibt es diesen Einschub wo wir eine Konfrontation haben zwischen Amos und dem Priester Amasia der ist Oberpriester in diesem Staatsheiligtum in Bethel was dem König gehört was Jerobeam I eingeführt hat sind nicht von Gott angeordnet worden überhaupt nicht das Gegenteil von dem was Gott möchte und dieser Oberpriester in diesem Staatsheiligtum der hat eine heftige Konfrontation mit dem Propheten Amos wir werden uns das noch anschauen und dann kommt eine Vision von einem Korb mit reifem Obst und eine Vision von Jahwe am Altar und das ganze Prophetenbuch schließt dann ab mit dieser Hoffnung für die Zukunft mit diesen Heilsworten es gibt hier und da mal so kleine punktuelles Aufblitzen von so ein bisschen Hoffnung aber hier haben wir den ausführlichsten Text wo Hoffnung vermittelt wird im ganzen Buch Amos der Schluss des Buches ein wunderbarer Schlussakkord wo Gott Amos dann dem Volk Hoffnung für die Zukunft in Aussicht stellt wir werden jetzt von diesen Inhalten die ich jetzt hier gezeigt habe das gibt jetzt den Überblick Buch Einleihung Gerichte über acht Völker Gericht und Unheil über Israel als großes Schwerpunktthema des Buches dann diese fünf Visionen von Gottes Gericht auch über Israel ja es geht einfach weiter mit diesem Schwerpunkt dazwischen dieser Einschub diese Auseinandersetzung und dann ein letzter aber großer deutlicher Hoffnungsschimmer also es ist schon sehr kunstvoll auch aufgebaut das Buch und jetzt schauen wir uns mal das Buch als letztes an indem wir einige Abschnitte bisschen genauer anschauen und möchte was sagen von diesem Highlight seiner Botschaft aber auch von der Aktualität seiner Botschaft in diesem Gericht über die acht Völker ist auch sehr sehr geschickt gemacht wir haben auch Fremdvölkersprüche in Jesaja in Hesekiel und in Jeremia aber so wie es Amos macht in diesen zwei Kapitel das ist völlig einzigartig weil es einfach sprachlich sehr sehr kunstvoll macht und einfach nur hintereinander auflistet und durch diese große Ähnlichkeit weil immer solche Kehrverse da drin sind wie drei Verbrechen die der und der begegnen wegen vier nehme ich es nicht zurück und darum lege ich Feuer da und dahin dass es die Paläste frisst also so viele Ähnlichkeiten es fängt an mit so spricht Jahwe und hört auf mit Spruch Jahwes also das ist so Stereotyp das natürlich interessant ist wo sind die Unterschiede wo sind die Abweichungen und die Abweichungen finden sich zum einen in den Sünden dieser einzelnen Länder und Völker aber auch teilweise im Gericht was darüber hinaus noch passiert außer dass die der Balläste niedergebrannt werden und von man sieht dass die Völker die um Israel herum sind auch sehr unterschiedliche Beziehungen dann zu Israel haben oder auf verschiedene Arten und Weise auch schuldig geworden sind an Israel oder auch teilweise an anderen Völkern beim ersten bei Damaskus also Syrien da ist die Anklage sie haben Gilead das heißt die Bevölkerung Gileads mit Eisen Träschschlitten zertroschen das heißt die haben hier massenweise Bewohner des Nordreichs die im Lande Gilead lebten massakriert und deswegen müssen sie dann auch in die Verbannung und ihr Königtum der König wird entmachtet bei Gaza ist die Sünde dass die ganze Dörfer entvölkert haben und die Verschleppten dann Edom verkauft das ist auch historisch sehr gut belegt man hat da verschiedene Sachen gefunden dass die Edom sehr fleißig dabei war mit Menschenhandel und gefangene Sklaven einfach zu verkaufen war da so eine Drehscheibe des Menschenhandels und dass die Philister ganze Dörfer komplett verschleppt haben und einfach verkauft haben was da irgendwie laufen konnte das ist so ihre besondere Schuld und sie werden von Gott gerichtet dafür bei Tyrus auch Tyrus hat sich an diesem Thema versündigt auch bei ihnen wird vorgeworfen denn ganze Dörfer haben sie entvölkert und die verschleppten wieder an Edom verkauft also die Edom die war Drehscheibe für Menschenhandel wahrscheinlich auch dann nach Asien hin wurden dann Leute verschleppt und verkauft Edom wird auch beschuldigt und Edom ist ein Brudervolk von Israel und hat eine ganz besondere Beziehung Jakob und Esau Esau ist Edom also ist der Bruder Jakobs ein Brudervolk und eigentlich sollte man erwarten dass das Brudervolk ein bisschen wohlwollend ist und irgendwie im Ernstfall einem hilft aber das Gegenteil war hier der Fall es war immer Neid und Hass und es heißt denn es hat seinen Bruder also die Israeliten mit dem Schwert verfolgt hat sein Erbarmen erstickt sein Hass immer aufs Neue geschürt also einfach beständigen Hass gepflegt gegen das Brudervolk Israel und das wird Edom auch sehr übel genommen dass es als Brudervolk Israels so besonders abgrundtief verfeindet war mit Israel und es gehasst hat und mit dem Schwert verfolgt und sich gefreut hat wenn es ihnen dreckig ging und überhaupt kein Mitleid gezeigt hat obwohl es das Brudervolk ist die Ammoniter werden angeklagt denn sie haben Schwangere in Gilead aufgeschlitzt nur um ihr Gebiet zu erweitern also furchtbare Menschenrechtsverbrechen sind auch da damals schon geschehen und also um Gebiet zu erweitern Gilead an Ammon wieder anzuschließen bestimmte Gebiete haben sie einfach Leute ausgerottet und Schwangere aufgeschlitzt um dann überlegen in die Flucht auch zu treiben und sagen das ist so brutal lasst uns fliehen ja und aber ihnen sagt Gott dann auch das Gericht zu darum lege ich Feuer an die Mauern von Rabah die Hauptstadt an Ammon damit sie seine Paläste frisst beim Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht am Sturmtag unterthosen ihr König muss in die Verbannung ja dann Moab wird beschuldigt weil sie ein bestimmtes Verbrechen begangen haben denn sie haben die Knochen des Königs von Edom zu Kalkstaub verbrannt also diese Entwürdigung und Entweihung von Toten indem man es verbrennt so wird es im alten Testament hier als Gericht gesehen als Schändung indem man einen Leichnam noch verbrennt heute hat es ja andere Zwecke wenn man das macht Platz zu sparen aber es wird in der Bibel eher sehr negativ gesehen wenn Leichname verbrannt werden denn sie haben die Knochen des Königs von Edom zu Kalkstaub verbrannt natürlich aus aus Rache aus Hass aus Verachtung und die zu demütigen haben sie das gemacht anstatt ihn würdevoll zu beerdigen und das wird ihnen übel genommen und Gott richtet sie dann ja und dann geht das Gericht weiter über Judah und man kann sich vorstellen da kommt also ein Prophet aus Judah und verkündigt Gericht über alle möglichen umliegenden Völker auch über Judah und man kann es so richtig vorstellen wie die Israeliten die Bewohner des Nordreichs sich so richtig freuen und sagen jawohl toll gib es ihnen ja hast recht möge das geschehen möge ja aber dieses Gericht über die Völker in die Völker bringen und so und Judah ja Judah vor wo immer ziemliche Rivalität auch war bekommt dann auch sein Fett weg so spricht Jahwe wegen drei Verbrechen die Judah begingen wegen vier nehme ich es nicht zurück denn sie haben Jahwes Weisung verworfen seine Gebote übertreten und wurden von falschen Göttern verführt ja dieser Dreiklang diese Dreiergruppe auch wieder Jahwes Weisung verworfen seine Gebote übertreten und wurden von falschen Göttern verführt denen schon ihre Väter nachliefen also Götzendienst darum lege ich Feuer an Judah damit die Paläste von Jerusalem frisst ja man kann sich vorstellen wie die sich da richtig gefreut haben über diese Gerichtsworte und auch der Judah kriegt sein Fett noch ab und dann überraschenderweise äh kommt er dann auch auf das Nordreich zu sprechen und während die anderen Sachen immer nur ähm zwei höchstens drei Verse hatten bringt er jetzt ähm elf Verse elf Verse der Analyse über das Nordreich Israel wo er ihre Sünden aufzählt und wo er das Gericht über das Nordreich äh zementiert und äh das ist sehr sehr eindrücklich und wenn man diesen Abschritt liest dann weiß man schon sehr stark worum es eigentlich geht was sind so die Hauptverfehlungen äh des Nordreiches und äh und dann das Gericht Gottes über das Nordreich und dann lese ich jetzt mal einige Verse nicht alle aber einige Verse Kapitel 2 Vers 6 folgende so spricht Jahwe wegen drei Verbrechen die Israel beging wegen vier nehme ich es nicht zurück dieser berühmte Kehrvers denn sie haben den Gerechten als Sklaven verkauft den Armen wegen ein paar Schuhe den Kopf der Hilflosen treten sie in den Staub die Gebeugten bringen sie um ihr Recht also das ist praktisch Verbrechen gehen gegen Arme und Schwache ja die ja unter besonderem Schutz Gottes stehen und da sind sie schuldig geworden aus dem sozialen Bereich dann auch ähm im sexuellen Bereich Vater und Sohn gehen zur selben Hure und nicht weinen so meinen heiligen Namen man sollte überhaupt nicht zur Hure gehen äh zur Prostituierten und Vater und Sohn dann noch bei derselben Frau ähm was auch No-Go ist und äh also es ist schlimmste Hurerei die hier getrieben wird dann sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus das tun sie neben jedem Altar von Bußgeldern kaufen sie Wein und trinken ihn im Gotteshaus also so viel Ehrfurcht und Gottesfurcht ist da dass man dann noch Wein säuft und Trinkgelage macht im Gotteshaus und äh gegeben haben haben wir haben die Propheten verboten zu weissagen und äh deswegen passt auf sagt Gott ich lasse den Boden und euch schwanken wie ein Wagen schwankt der voll von Gaben ist äh in der Boden schwank wird das Erdbeben es war zwei Jahre vor dem Erdbeben vielleicht ist das Erdbeben äh von dem gesprochen wird äh dass Amos zwei Jahre vorher auftrat vielleicht ist das Erdbeben hiermit gemeint ich lasse den Boden und euch schwanken wie ein Wagen schwankt der voll von Gaben ist ja und dann kann niemand entfliehen dann kann auch der Schnellste nicht mehr entkommen der starken versagen die Kräfte und der Held kann sein Leben nicht retten der Bogenschützer wird überrannt der Schnellläufer rettet sich nicht auch der Reiter kann sein Leben nicht schützen in diesem Erdbeben selbst der tapfeste Held fliegt nackt an jenem Tag also wenn Gott diesen Boden unter ihren Füßen schwanken lässt also Gott ist ein Richter der in die Geschichte eingreift der Völker richtet der das alles sieht was sie machen und der moralisch ist und der die bösen Dinge auch bestraft und nicht erst in der Zukunft in der Ewigkeit äh sondern auch hier schon auf Erden überraschender Höhepunkt dieses Gericht über Israel dann Zweisheide ist einfach dieses zeitlose Prinzip Auserwählung heißt immer auch Verantwortung das gilt auch für uns wenn wir als Christen auserwählt sind jetzt zum Gottes Volk gehören dann haben wir auch eine erhöhte Verantwortung hört was Yahweh über euch sagt ihr Israeliten über das ganze Geschlecht das ich aus Ägypten herausgeführt habe Gott ging ja immer in Vorleistung von allen Vögern der Erde habe ich nur euch ausgewählt das ist ihr ihr Vorrecht ihre Auserwählung nur sie wurden auserwählt deshalb ziehe ich euch zur Rechenschaft für alle eure Vergehen all diese Bevorzugung ähm als auserwählendes Volk Gottes wo Gott vieles getan hat für dieses Volk bringt auch eine erhöhte Verantwortung mit sich und deshalb wird Gott sie auch zur Rechenschaft ziehen für ihre Vergehen ein weiterer interessanter Punkt seiner Botschaft ist äh dass wenn Yahweh redet kann der Prophet nicht schweigen dann muss auch der Prophet reden und das packt er in wunderbare Bilder äh und unsere Gegensatzpaare mit so Wortpaaren und ähm sind alles rhetorische Fragen ähm Kapitel 3 Vers 3 bis 8 gehen wohl zwei miteinander ohne sich begegnet zu sein nein natürlich nicht die müssen sich begegnet sein um miteinander zu gehen brüllt der Löwe im Wald ohne Beute zu haben nein natürlich nicht es ist ein Kennzeichen dass er Beute jetzt hat und jetzt fressen kann dass er dann schön brüllt brüllt der Junglöwe im Versteck während nichts gefangen hat natürlich brüllt auch er nur wenn er gefangen hat und sagt ha ich hab was gefangen wird ein Vogel im Bodennetz gefangen ohne dass es aufgestellt ist natürlich muss man es erst aufstellen bevor man einen Vogel drin fangen kann springt das Klappnetz vom Boden hoch wenn nichts darin gefangen hat natürlich auch nicht alles hat seine Ursache und seine Wirkung alles rhetorische Fragen die mit Nein zu beantworten sind wird in der Stadt Alarm geblasen ohne dass ein Bewohner erschrickt ne wenn Alarm geblasen wird dann erschrecken die Bewohner klar geschieht ein Unglück in der Stadt ohne dass Ja wie es wirkt jetzt kommst du zum Nachdenken ach so die Unglücke die wir erleben ist vielleicht eine Wirkung Jahwes die Krisen die wir global erleben sind vielleicht eine Wirkung Jahwes die Bibel behauptet das dass Jahwe nicht nur Segen schickt sondern auch Gericht und das Unglück in der Stadt dass es nicht geschieht ohne dass auch Jahwe hier seine Finger im Spiel hat geschieht ein Unglück in der Stadt ohne dass Jahwe es bewirkt in dieser Phase des Gerichts über das Volk und dann sagt er denn Jahwe der Herr tut nichts ohne seinen Dienern den Propheten das Geheimnis zu enthüllen das ist ein Prinzip Gottes Gott teilt sich mit er macht auch nicht einfach nur was sondern bevor er etwas macht kündigt er es an durch seine Propheten und dann kann man hinterher sehen wenn es eingetroffen ist was er angekündigt hat durch seine Propheten dass da ein lebendiger Gott ist der redet und der handelt und der aktiv ist und der sich einmischt in unsere Geschichte in unseren Alltag in unser Leben und um das zu erfassen deswegen lässt er vorher das Geheimnis enthüllen durch seine Propheten damit niemand sich rausreden kann und sagt ach es war Zufall nein Gott hat es angekündigt durch seine Propheten und wenn er Gerichte übt dann kündigt er das auch vorher an und es ist viel angekündigt im Wort Gottes wir müssen es nur zur Kenntnis nehmen denn Jahwe der Herr tut nichts ohne seinen Dienern den Propheten das Geheimnis zu enthüllen der Löwe brüllt wer fürchtet sich da nicht jeder fürchtet sich Jahwe der Herr spricht wer wird da nicht zum Propheten wenn du von Jahwe und Gott angesprochen wirst und angerührt wirst dass er zu dir spricht und dich beauftragt dich beruft dann kannst du nicht kneifen und so tun als hätte es nicht gehört ja aber der Herr spricht wer wird da nicht zum Propheten sogar ein Schafzüchter und Viehhürte und Maulbär Feigenzüchter wird dann zum Propheten der Untergang Samarias samt seinen reichen Frauen wird hier drastisch geschildert lasst es hören in Palästen von Ashtod das Philister und den im Land Ägypten also das soll weiterhin bekannt werden bei den Feinden Israels die werden es hören und werden sich dann freuen versammelt euch auf den Bergen um Samaria herum und seht euch das wilde Treiben dort an und bevor das Gericht über Samaria der Hauptstadt des Nordreichs ergeht wird nochmal aufgezeigt was ihre Schuld ist weshalb das Gericht völlig berechtigt ist ja versammelt euch auf den Bergen um Samaria herum und seht euch das wilde Treiben dort an die Unterdrückung im Innern der Stadt als soziale Benachteiligung Unterdrückung der Schwachen ist etwas was Gott wirklich sehr hasst und missfällt und wo er auch einschreit weil er ist ein Gott der Weisen und Witwen und der Armen ja und er schützt auch die Fremdlinge sie treten das Recht mit den Füßen spricht Jahwe mit Misshandlung und Gewalt sammeln sie Schätze in ihren Palästen ja sie sammeln Reichtümer an aber um welchen Preis ja mit Handlung und Gewalt der Wohlstand im Westen ist auch vielfach auf Kinderarbeit und massivste Ausbeutung von Menschen in den Drittländern geschaffen das muss man sehen und da sollte man auch was dagegen tun daraus spricht Jahwe der Herr Feinde werden euer Land umzingeln sie reißen eure Festung nieder und plündern eure Paläste und so spricht Jahwe es kommt wieder so ein Bild aus der Viehzucht eine Erfahrung die wahrscheinlich Amos selber gemacht hat am eigenen Leib so spricht Jahwe wie ein Hirt aus dem Rachen des Nöwen vom Lamm nur zwei Unterschenkel rettet oder ein Zipfel vom Ohr wo man noch ein bisschen was rausretten kann so werden Israels Söhne gerettet die Samaria in ihrem Sessel sitzen auf Ruhepolstern in Damaskus also sie gab es dann auch teilweise Allianz mit Damaskus die haben ja auch dann im 8. Jahrhundert auch das Südreich angegriffen die waren dann auch ein bisschen befreundet Damaskus und Samaria also diese Achse Nordisrael und Syrien und die lassen sich sowohl ergehen in ihrem Sessel auf ihren Ruhepolstern ja aber wenn das Gericht kommt da wird nur ein Bruchteil von ihnen überhaupt davon kommen hört und schärft es im Haus Jakob ein spricht Jahwe der Allmächtige Gott es kommt der Tag an dem ich Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehe dann rechne ich ab mit den Altären von Bethel ja dieses Stierkult ich schlage ihre Hörner ab und lasse sie am Boden liegen ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast die Elfenbeinhäuser werden verschwinden Spruch Jahwes also die Vernichtung dieser Opferhöhen ist hier angesagt hat auch der unbekannte Prophet schon vor Jahrhunderten vorher schon angesagt und es kommt dann auch durch die Zerstörung des Nordreiches 722 vor Christus ist gar nicht mehr so weit weg von von Amos dass das Nordreich wirklich untergeht bloß zu dem Zeitpunkt als Amos weiss sagt war das überhaupt nicht zu sehen dass das Nordreich untergehen könnte aber doch keine 30 Jahre später oder 40 Jahre später war es dann so weit und nicht nur Samaria wird untergehen auch die reichen Frauen hört dieses Wort ihr Kühe von Bashan die reichen Frauen in Samaria werden mit Kühe von Bashan verglichen die auf dem Berg Samarias wohnt die Stadt Samaria war ja auf dem Berg aufgebaut ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen ihr sagt zu euren Männern los schafft uns zu trinken dabei ja aber der Herr schwört bei seiner Heiligkeit passt auf es werden Tage kommen da schlägt man euch an Haken weg an Fischer angeln die letzten von euch durch Mauer brechen müsst ihr hinaus eine nach der anderen und werdet zum Bannort gejagt also in die Gefangenschaft geführt das ist das was den reichen Frauen da blühen wird und was ist Ursache für dieses Gericht sie unterdrücken die Schwachen die Schinden die Bedürftigen also man müsste eine Politik machen wo es um Gerechtigkeit geht und um Dinge die die Gott für gut befindet danach muss man agieren und wenn man das mit Füßen tritt wird man eines Tages dann auch das Ernten was man gesät hat ganz wichtiger Punkt auch Gott will umkehren nicht Kult nicht noch mehr Gottesdienst und noch mehr Opfer und dieser ganze Kultbetrieb der da läuft Gott will dass sie umkehren zu ihm zurückkehren und macht das sehr sehr eindrücklich aber Israel kehrt trotz allem was er an ihn heranpredigt und auch was er an Gerichten ausübt um sie zur Umkehr zu bewegen trotz all dieser Gerichte kehren sie nicht um immer die Frage warum führen die Krisen in dieser Welt nicht zu einer Umkehr zu Gott ja wir jammern und klagen über viele Dinge die nicht gut laufen ja eine Krise jagt die anderen aber was nicht passiert ist wie damals in Israel es kommt kein Besinnen auf und eine Umkehr zu Gott dass man sagt das hat eine tiefer liegende Ursache in der Gottlosigkeit und Gott hat durch Gericht immer wieder versucht Israel zur Umkehr zu bewegen und das wird hier sehr massiv ausgeführt so habe ich euch nichts zu beißen gegeben in euren Städten und Dörfern gab es Mangel an Brot und doch kehrt ihr nicht zu mir um spruch Jahwes so ich euch den Regen zurück drei Monate vor der Ernte auf die eine Stadt ließ es regeln auf die andere nicht das eine Feld wurde beregnet das andere das kein Regen bekam verdorrte von zwei drei Städten schleppten sich die Leute zu einer Stadt hin die noch Wasser hatte also Dürre Wasser Knappheit doch es reichte nicht für so viele und trotz erleben dieser Wasser Knappheit diese Dürre und doch kehrt ihr nicht zu mir um spruch Jahwes ich schickte euch Mehltau und Getreide und doch kehrt ihr nicht zu mir um spruch Jahwes ich schickte euch die Pest wie einst den Ägyptern eure jungen Männer wurden im Kampf erschlagen eure Pferde gab ich den Feinden zur Beute ich ließ euch den Leichengestank eurer Heerlager in die Nase steigen und doch kehrt ihr nicht zu mir um spruch Jahwes und ich habe das unterste bei euch zu oberst gekehrt wie damals bei Sodom und Gomorra ihr wart wie ein angekohltes Holz das aus dem Feuer gerissen wurde und doch kehrt ihr nicht zu mir um sprich Jahwes und deswegen ist dieses maximale Gericht auch der Verbannung und der Zerstörung des ganzen Nordreichs praktisch unausweichlich das Klagelied über Israel haben wir schon gesehen mit dieser Ringstruktur Gott als Schöpfer aber auch der Zerstörer im Zentrum und viele Menschen heute die wollen zwar Gott als den lieben Gott haben als Gott der uns durch Jesus Christus erlöst und der uns segnet aber diesen Gott gibt es immer nur auch mitsamt seiner Heiligkeit der Gericht übt und der auch Dinge zerstören kann und und strafen kann ja das gilt für Völker und das gilt auch uns für jeden Menschen das Gesetz von Saat und Ernte das greift und Gehorsam bringt Segen ungehorsam bringt Fluch ist nicht immer so es gibt auch dann die gegenteilige Erfahrung dass es dem gottlosen schlecht geht gut geht und dem gerechten geht es schlecht das finden wir auch schon in Psalmen bei Hiob das auch Psalm 73 und so das ist die Herausforderung für den Glauben dann trotz umgekehrter Verhältnisse an Gott festzuhalten und glauben dass schlussendlich das Gute belohnt wird und das Böse bestraft wird aber trotzdem weithin in dieser Welt geschieht schon auch vielfach ein Zusammenhang von Sünde und Gericht noch kurz abschließend die fünf Visionen interessant ist bei den fünf Visionen dass zwei Gerichte Amos noch verhindern kann durch seine Fürbitte und Eintreten aber dann auch nicht mehr so hat mich der Herr Jave der Herr schauen lassen ich sah wie ein Heuschreckenschwarm schuf es war in der Zeit als das Gras für den König gemäht worden war und das Spätgras zu wachsen anfing als die Heuschrecken alles grün abgefressen hatten sagte ich Herr Jave vergibt doch wie kann Jakob sonst überleben es ist ja so klein da hatte Jave Mitleid mit ihm es soll nicht geschehen sagt er dass es völlig vernichtet wird und das gleiche noch mal mit dem Feuer da hat mich Jave der Herr folgendes schauen lassen Jave der Herr rief das Feuer zum Gericht herbei das alles Wasser aufzehrte als es auch das Ackerland fressen wollte rief ich Herr Jave halt doch ein wie kann Jakob sonst überleben es ist ja so klein da Jave Mitleid mit ihm auch das soll nicht geschehen sagt Jave der Herr also es zeigt die Gnade Gottes auch im Gericht dass er sich erbitten lässt dass er dann ablässt und das Gericht nicht bis zum Ende durchzieht wenn man ihn bittet aber es Gericht kann dann auch unausweichlich werden und das sehen wir dann bei der dritten Vision das Gericht mit dem Senkblei dann ließ er mich folgendes sehen Kapitel 7 Vers 7 bis einer senkrechten Mauer und hatte ein Lot in der Hand Jave sagt zu mir was siehst du Amos ein Lot sagte ich da sagte der Herr pass auf ich lege ein Lot an mein Volk Israel an ich werde es nicht mehr verschonen dann werden die Opferhöhen Isaaks veröden und die Heiktümer Israels werden in Trümmern liegen und gegen das Königshaus Jerobeam gehe ich mit dem Schwert vor also es kommt zur völligen Zerstörung dieser ganzen Heiligtümer und auch des Königshauses also und damit auch des ganzen Nordreiches was noch sehr interessant ist da bin ich fast am Schluss vorletzte Folien wir haben noch eine knallharte Konfrontation zwischen Amas und Amos und Amos in dieser Konfrontation mit dem hohen Priester des Staatsheiligtums in Bethel Amas hat Amos eine doppelte Antwort auf sein Weissagungsverbot durch Amas also der Amas verbietet ihm zu weissagen und diese Story ist total interessant und auch relevant für uns wir können uns auch als Christen nicht den Mund verbieten lassen wenn Gott uns beauftragt hat das Wort und das Evangelium zu verkündigen Amas ich lese Kapitel 7 Vers 10 bis zum Ende das ist bis Vers 17 Amas der Oberpriester von Bethel ließ König Jerobeam von Israel melden also der Oberpriester verbündet sich mit dem König sagt Amos zettelt mitten in Israel eine Verschwörung gegen dich an seine Worte sind unerträglich für das Land er hat nämlich gesagt Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel wird aus seinem Land in die Verbannung geführt also es war gerade auch vorher in den Gerichtsworten hat er es gesagt dass das Königshaus ausgerottet wird dem Schwert übergeben wird also das ist praktisch keine gute Nachricht sowas wollen wir nicht hören hier das entspricht nicht unserer Vorstellung und deswegen soll der König den da ausweisen zu Amos aber sagte Namasia geh weg von hier sehr verschwinde nach Judah da wo du herkommst dort kannst du dein Brot verdienen und weissagen was du willst als ob Amos das um Geldeswillen machen würde wird ihm hier praktisch unterstellt in Bethel jedenfalls da wo er Oberpriester ist in diesem Staatsheichtum in Bethel jedenfalls wirst du nicht länger Prophet sein denn dies hier ist ein Staatsheichtum das dem König gehört also du als Mann Gottes hast hier nichts zu sagen das ist Staatsheichtum was dem König hört und du dampfst hier ab hochinteressant wie Amasar das hier sieht Amos erwiderte Amasar also erstens schon mal gut dass Amos wirklich da war mitten im Zentrum der Unheiligkeit sozusagen um die Gerichtsforder zu verkünden das war sehr mutig und er geht durch dahin ins Zentrum des Feindes der Finsternis und Amas erwiderte Amasar ich bin weder Berufsprophet noch gehöre ich zu einer Prophetengemeinschaft sondern ich züchte Rinder und Maulbärfeigenbäue doch Jahwe holte mich von der Herde weg und sagte zu mir geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel Israel du willst du willst mir verbieten Israel die Botschaft Gottes zu bringen du verwehrst mir den Nachkommen Jakobs zu weissagen also die erste Antwort die ihm gibt du kannst mir da gar nichts verbieten Jahwe hat mich beauftragt du kannst mir das nicht verbieten okay ihr könnt mich rausschmeißen ja ihr könnt mich da wegführen aber du kannst mir nicht verbieten im Namen Jahwe zu reden er ist mein Auftraggeber nicht du ja und das ist wichtig also kein Mensch kann uns verbieten das Evangelium zu sagen oder die Wahrheit Gottes zu sagen auch wenn da Dinge in der Bibel stehen die mit unserer heutigen politischen Korrektnis nicht übereinstimmen ja weil wir heute humanistisch orientiert sind aber nicht theozentrisch und hier hat Amos dann noch eine zweite Antwort er hat ein sehr hartes Gerichtswort für Amas ja was Gott ihm gibt weil das ein ganz schweres Vergehen ist den Propheten Jahwes zum Schweigen zu verdonnern das ist ja genauso als wenn man sagt Gott du darfst nicht mehr reden und deswegen trifft ihn auch hier ein maximales persönliches Urteil was ihm in seiner gesamten Familie maximalen Schaden zufügt an Schande aber auch an Tod und Leid und Not du willst mir verbieten Israel die Botschaft Gottes zu bringen du verwehrst mir den Nachkommen Jakobs zu weisagen hör darum was Jahwe dir zu sagen hat also mach genau das Gegenteil er redet gerade jetzt weiter und sagt ihm das Wort das Gerichtswort Jahwe direkt ins Gesicht zu hör darum was Jahwe dir zu sagen hat deine Frau wird hier in der Stadt eine Hure werden also maximale Entehrung auch ihn als hoher Priester in diesem Staatsheiligtum wenn seine Frau zu Hure verkommt deine Söhne und Töchter werden durch den Krieg umkommen er wird seine eigenen Kinder verlieren dein Grundbesitz wird in Westbahn verteilt also er wird seinen ganzen Grundbesitz verlieren und du selbst wirst in der Fremde sterben musst deine Heimat noch verlassen musst das alles mit anschauen das ganze Unglück und dann jammern und dann kannst du darüber nachdenken was du gemacht hast du hast dem Propheten Jahwe verboten zu reden dass Jahwe den Mund verboten und das macht Jahwe mit dir weil du ihm den Mund verboten hast denn Israel muss auf jeden Fall in die Verbannung ziehen fort von seinem Land das war das wird auch so sein auf jeden Fall wird Israel in Verbannung sein er bleibt dabei lässt sich da nicht beeindrucken von Amassia starke Konfrontation hier zwischen dem Propheten und diesem falschen Priester dem Hymnus über die Größe und Heiligkeit Gottes haben wir in Kapitel 9 nochmal so ein Hymnus wo Jahwe der Herr der Allmächtige beschrieben wird berührt er die Erde so bebt sie dass alle ihre Bewohner trauern dann hebt sie sich wieder Niedel und senkt sich wieder Strom von Ägypten also auf und nieder wahrscheinlich wie die Bewegung von dem Erdbeben er hat das Himmelsgewölbe über er ruft das Wasser aus dem Meer und es regelt auf die Erde herab also Jahwe der Schöpfer der Himmel thront einfach ein ganz anderer Blick hier auf die Größe und Heiligkeit Gottes dass es kein Sonderrecht für Israel gibt ist überraschend in diesem Zusammenhang geschuldet und hat Israel schon Sonderrechte und ist bevorzugt aber wenn Israel jetzt hier so gottlos lebt dann hat es dort seines Vorzuges auch das Gericht zu gegenwärtigen und das sündige Königreich sagt Amosier pass auf Jahwe der Herr hat das sündige Königreich im Blick und wird es von der Erde verschwinden lassen allerdings so die Nachkommen Jakobs nicht völlig aus also auch die zehn Stämme wurden nicht völlig ausgerottet ja und sie sind auch zu Zeit 9. Sement gibt es Vertreter aus den Stämmen in Judah diese Stämme nur kann man sie nicht genau identifizieren aber weltweit zerstreut werden sie schon das wird ihnen schon angekündigt passt nur auf ich werde den Befehl geben Israel und die Völker zu zerstreuen als die Zerstreuung Israel und die Völker war auf Befehl Gottes als Gericht wie es auch in den Bundesflug ausgedrückt und verheißen war die zukünftige Hoffnung und das ist dieser große Hoffnungsfunke die das Buch Amos bietet die zukünftige Hoffnung ist die Wiederherstellung Israels und damit kommen wir zum Schluss die zukünftige Wiederherstellung Israels wird der Zeitpunkt genannt es hat zu tun mit der Aufrichtung der Hütte Davids das heißt dass der Messias kommt und das davidische Geschlecht wieder aufgerichtet wird die davidische Königsherrschaft wieder aufgerichtet wird und das wird dann eine Segenszeit sein für das Land Israel ohne Gleichen schauen wir uns diese Verse an sind inhaltlich nicht schwer zu verstehen an jenem Tage werde ich die eingefallene Hütte Davids wieder aufrichten das Bildersprache es geht nicht um ein Gebäude ihre Risse mauere ich zu ihre eingeschützten Wände ziehe ich neu Hof so so dass sie dasteht wie seit uralter Zeit also wenn dann wäre es für den Palast Davids die Rede meint aber natürlich nicht das Gebäude geht sondern es geht um das Geschlecht Davids der dann auch in diesem Palast wohnt wenn der Palast Davids wieder aufgerichtet wird das Königshaus Davids wieder aufgerichtet darum geht es also an jedem Tag wird die eingefallene Hütte Davids die praktisch schon so angefangen hat das ist ein Partizip hier was eine andauernde Handlung beschreibt also die Königsherrschaft Davids hat Schaden gelitten seit der Reichstrennung ist es nur über zwei Stämme und diese wird sich sogar noch verschlimmern mit der Zerstörung Jerusalem dann da wird es ganz immer liegen kommen aber die zerfallene Hütte Davids die jetzt zerfällt seit der Reichstrennung die wird wieder aufgerichtet das ist eine wunderbare Verheißung dann wenn das geschieht wenn die davidische Herrschaft wieder aufgerichtet wird und das ist ja noch nie geschehen seit der Zerstörung Jerusalems dass die davidische Herrschaft wieder aufgerichtet wurde bis heute ausstehend diese Prophezeiung dann werden die Israeliten den Rest von Edom in Besitz nehmen und alle Nachbarländer über denen mein Name ausgerufen war die Stelle wird im Neuen Testament zitiert als Begründung für Heidemission das Heidemission legitim ist weil hier Nachbarländer sind oder Länder sind wo der Name Jahwes ausgerufen ist und Israel wird dann die Herrschaft übernehmen den Rest von Edom in Besitz nehmen und auch alle Nachbarländer über denen mein Name ausgerufen wird spricht Jahwe der es auch tun wird Jahwe wird das tun wenn die Jüde Davids wieder aufgerechnet wird wenn der Messias kommt und die Königsherrschaft Davids ihre Fortsetzung findet oder die Herrschaft des Messias Es kommt eine Zeit und das ist dann diese Segenszeit für das Land Israel und das ist auch gerade etwas was der Viehzüchter und Maulbeerfeigen Züchter Amos natürlich mit Freuden vernimmt wenn er das jetzt hier hört was hier welcher Wohlstand dann auch für die Landwirtschaft in Israel sein wird Es kommt eine Zeit spricht Jahwe da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und die Aussaat schließt sich an die Weindese an also kein langes pausieren so wird ständig gesät geerntet gesät geerntet da folgt dem Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und die Aussaat schließt sich an die Weindese an die Berge triefen vor Most und alle Hügel wogen also das Getreide und Gras was da im Wind wiegt ja also voll satte Hügel dann werde ich für mein Volk Israel alles wieder zum guten wenden einmal ganz fett angestrichen hier es wird alles gut es wird alles gut für Israel trotz dieser katastrophalen geistlichen Lage zur Zeit von Amos dann wird diese Zeit gekommen ist die Hütte Davids wieder aufgerichtet ist der Messias gekommen ist dann wird es für mein Volk Israel alles wieder zum guten wenden und es ist dann sehr konkret und materiell weil Israel eben im Land Israel lebt und Gott auch Segen für das Land verheißen hat wenn sie ihm gehorchen und wenn diese Segeszeit kommt sie bauen die zerstörten Städte auf und werden darin wohnen sie pflanzen Wallenberge an und werden den Wein davon trinken das Gegenteil von dem was jetzt war sie pflanzen aber andere werden es dann trinken aber dann wird es wieder so sein sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken sie legen Gärten an und werden von ihren Früchten essen ich pflanze sie wieder in ihr Land ein das hat Gott gemacht er hat Israel nach der Zerstreuung des Nordreiches wieder in ihr Land eingepflanzt und sagt er ich pflanze sie wieder in ihr Land ein das ich ihnen gegeben habe und lasse sie nie wieder herausreißen also damit ist also nicht die Rückkehr aus dem Babylonischen Exil für das Südreich gemeint sondern ist Zerstreuung sammelt von der er auch gesprochen hat dass er sie unter alle völkern zerstreuen wird was er auch gemacht hat buchstäblich Israel unter alle völkern der Welt zerstreut worden und Gott wird das rückgängig machen und das hat schon längst angefangen im 19. Jahrhundert waren die Anfänge und dann ist es gewachsen bis zur Staatsgründung seit der Staatsgründung haben wir zehnmal so viele Juden Israel die hier begonnen hat die wird noch abgeschlossen vollendet werden aber was nicht geschehen wird ist dass Israel aus diesem Land wieder herausgerissen wird und da ist das Ziel der Hamas an dieser Stelle völlig illusorisch und abwegig denn Gott hat gesagt ich pflanze sie wieder in ihr Land ein das hat er längst begonnen das Land das ich ihnen gegeben habe ist das Land das Israel lasse sie nie wieder herausreißen spricht Jahwe dein Gott das ist eine sehr hoffnungsvolle sehr versöhnliche Botschaft am Ende seines Buches und schließt diesen gewaltigen Propheten Amos mit dieser fantastischen Poesie aber auch diesem scharfen Inhalt harte Worte an Israel aber es wird versöhnlich abgeschlossen mit dieser Zukunftsperspektive und das alles hängt da dran wenn der Messias kommt wenn die Hütte Davids wieder aufgerichtet wird und das haben auch die Apostel erwartet dass durch die Evangeliums Verkündigung Israel Buße tut damit der Messias kommt ja Apostel 3 heißt es in dieser Predigt dass er sagt es ist ja 7 3 17 3 19 so endet nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um damit der Herr eure Schuld auslöscht und die Zeit der Erholung anbrechen lässt oder die Zeit der Erquickung und damit er euch den Messias sende den er für euch bestimmt hat nämlich Jesus der Messias muss kommen der für Israel bestimmt ist muss kommen freilich muss er zunächst in den Himmel zurückkehren bis wirklich alles wiederhergestellt ist was Gott schon lange durch seine Heiligen Propheten angekündigt hat also wenn er kommt werden dann diese Zeiten der Erquickung kommen für Israel und diese Hüde Davids wird dann aufgerichtet und Israel wird diese Siegeszeit dann erleben